so und herzlichen willkommen zu einer neuen aufnahme diesmal befinde ich mich wieder auf dem hf server bei einem noch relativ unbekannten spielmodus cowboy and indianer auf dem hf server und ich bin was bin ich denn sollen den anführer mit der golden armo finden und dass der wird auf dem kompass angezeigt und so weiter und so fort und ich bin parter cowboys viel weiß ich noch nicht darüber den spielmodus aber so wie es ausschaute ich weiß nicht wer wer ist so hier müssen die mit den goldenen schuhen killen und da drauf müssen wir entbringen soweit ich das kapiert habe und ich weiß nicht wie viel und wie oft aber irgendwie muss es ja klappen anscheinend und Wo ist der denn in der Gold? Ich denke es ist wie lange? 3 Sekunden Halk Ne da bin ich lieber für Speed Und weg 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 Hinter uns kommt keiner Irgendwie dieser Spielmodus ist garantiert was wenn man so Stunden spielen möchte Aber wenn man dann so daneben zielt bringt das auch nichts Oh schon wieder 10 Tauben Das finde ich cool Bringt das glaube ich gar nichts wenn man nur so 1-2 Runden spielt Statt irgendwie einer halben Stunde oder so Der gehört zu den Roten Wo ist der hin? Da unten war er So die ersten 5 Pfeile Und wo ist ein helles Name Tag? Komm Ja nächste down Ja nächsten Ich bin voll da Hulk Wenn die Kakteen auch noch Also die großen Kakteen auch noch einen Schaden anrichten würden Dann wäre das garantiert lustig Ja gerade so Es ist eigentlich voll knapp immer einen zu treffen So runter Irgendwie leckt das so ein bisschen nur Hä? So gar nicht stark aber immer noch so ein bisschen Hä? Komm weg Oh ich bin tot Bin ich tot? Oh Wir haben anscheinend gewonnen Ja Ja Das ist doch Okay Äh The round has ended Kann man jetzt nicht bringen Boah Äh Eigentlich ganz cool Es gibt immer noch keinen Token shop Und ich hab schon so viele Token Das sind relativ wenig Aber äh ne Und das ist halt immer der Unterschied zwischen den Sachen Und ich hoffe ich komm da nochmal schnell wie möglich rein Damit ich euch nochmal diesen Spielmodi etwas ausführlicher zeigen kann Und hoffentlich auch mal auf die Indianerseite und so komme Der ist schon voll Komm 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 Bitte Ich fiel gleich rein Ich hab das eben Und Also die Runde die ihr gesehen habt Auch das erste Allererste Mal gespielt Und ich hatte Glück Dass ich sofort drauf war Ich bin already schon connected to the server What? Hyferpedia Eigentlich bin ich auf gar keinem Ähm Na ja Ich hoffe ich komm da jetzt rauf Wenn nicht wär das auch blöd Ne? Sonst werd ich dann gleich mal nen Cut machen Und dann hoffen dass ich Ach ne ich bin drauf Ich bin drauf Ich bin drauf Und dann machen wir diese Boat 2 mal Weil ich hab eben Boat 1 gemacht Dann mach ich jetzt einmal Boat 2 Weil ich auch sehen möchte wie diese Map auffiegt im insgesamten Modus NEIN Meine Position Meine 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 O2 So Oh Dieser Slimeball ist echt Ach Weihund Ja Scheiß Camper Camper Ja Na gut ich mach jetzt einen kurzen äh Cut Und wir sehen uns dann halt äh In 40 Sekunden oder so wieder Also bis gleich 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 so und willkommen zurück die pause ist vorbei und das spiel beginnt jetzt jetzt und ich bin jetzt bei den indianer ich bin indianer voll hardcore so den ersten von den runter gesmashed leider habe ich den nicht ganz getroffen und macht ja nichts und da ist der nächste der wird auch gleich wieder komm bitte bitte ich will dennoch kriegen so schnell kann er nicht sein auf die distanz vor allem er läuft der zickzack das heißt er ist noch mal etwas langsam und da hat er sein invisible potion eingesetzt komm ja meine meine nein zu übertreib ich jetzt auch nicht was war das glaubst du ja wo oh kommt schade ich habe ihn nicht ganz getroffen oh ja habe ich ihn gehalkt oder habe ich sogar ein paar tokens bekommen also die indianer haben schon ein punkt oder wie darf ich dieses an diese eins interpretieren so der nächste ist rot da ich schon halb angeschlagen bin habe ich keine chancen hier gegen zu gewinnen doch nein habe ich nicht das macht sich auch gut du sagst erst du gewinnst und dann verlierst du doch den punkt was das war schon wieder fünf pfeiler hier war doch bis eben da noch der sprint pack ich habe hier weiter ich hasse irgendwie diesen bug dass du nicht richtig sprinten kannst war das meiner mindestens ist er jetzt nicht mehr so unsichtbar hat eine feil hat eine feil komm mit jana komm komm oh oh hier geblieben ich habe ihn getroffen Nein, jetzt hat er sich unsichtbar gemacht. Okay, ich gehe einfach mal zu denen und will ihren Anführer klauen. Der sieht aus wie Theth-Blain. Nur, dass das wahrscheinlich nicht sein wird. Oh, Bitch. Komm. Ich schaffe es eh nicht jetzt nochmal den Kerl zu holen. Also den Anführer von denen war ich ja hinter. Komm. Nochmal. Ja, der ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Da haben wir wohl einen guten Könner unter uns. Der Speed war ja das. Oh, jetzt hat er sich unsichtbar gemacht. Nein, da unten. Vorne. Nein, unser. Hier geblieben. Ich will aber nicht so weit laufen. So, das war meiner. Ja, da unten läuft noch einer. Aber den will man gar nicht. Alter, blöd ist. Okay, einfach wieder auf den drauf. Aber ich habe den eben nicht getroffen. Komm. 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 Ich krieg ihn. Oh, da vorne läuft unser Handführer. Hör'n. Du leidest. Du wirst sterben. Jaaaah! Zweite Runde in Folge gewonnen. Yay! Die, die, die. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das erste Mal Indianer vs Cowboys, nur auf dem Hive-Server. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video bei mir auf dem Kanal. Und wenn ihr Lust habt, checkt mal meinen Kanal aus. Ich bastel da gerade wiederum an Designs und so weiter und so fort. Und danke schön, bis zur nächsten Mal. Tschüss!